Neuigkeiten bei der B423, das betrifft vor allem die Stadtteile Assweiler, Biesingen, Pliskastelmitte und vor allem auch Webenheim. Da hat das Landesamt für Straßenwesen eine Lärmschutzuntersuchung gemacht im Auftrag vom Bund, denn für die Bundesstraße ist ja der Bund zuständig. Und das Ergebnis dieser Untersuchung ist gestern im Bauausschuss in öffentlicher Sitzung bekannt gegeben und vorgestellt worden. Ein Vertreter des Landesamts war da und hat das Ergebnis präsentiert. Warum ist das wichtig? Denn der Grund dafür ist, dass dieses Gutachten oder diese Untersuchung die Grundlage dafür ist, ob man die Geschwindigkeit von 50 auf 30 reduzieren kann oder ob man Lärmschutzmaßnahmen gefördert bekommt. Und genau darum ging es in diesem Sachstandsbericht gestern. Kurzum zusammengefasst kann man sagen, die Geschwindigkeit, die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 wird nicht kommen, aber es wird Möglichkeiten geben, Lärmschutzmaßnahmen fördern zu lassen oder sich fördern zu lassen. Das heißt, wenn Sie Anlieger an der B423 sind, entlang dieser Strecke haben Sie gute Chancen, dass Sie, wenn Sie von Lärm stark betroffen sind, dann Zuschuss für Lärmschutzmaßnahmen, also etwa dreifach verglaste Scheiben oder eine Lärmschutzisolierung vom Dachboden oder ähnliche Maßnahmen dann gefördert bekommen. Gefördert wird hier 75 Prozent und das Coole ist, wenn Sie es schon gemacht haben, innerhalb der letzten zehn Jahre können Sie es auch rückwirkend gefördert bekommen. Wie kommt man jetzt zu dem Ergebnis? Wie kommt der LFS zu diesem Ergebnis? Also grob zusammengefasst sind an 400 Stellen Lärmmessungen durchgeführt worden. Und das Verfahren, das da angewendet wird, ist ein Berechnungsverfahren. Das heißt, man hat jetzt nicht sich mit dem Mikrofon dahingestellt und gesagt, hey, da ist ein LKW, der ist laut und der Maximalwert ist relevant, sondern man berechnet dann über Berechnungsverfahren einen Durchschnittswert. Das heißt, auch wenn jetzt morgens beim Berufsverkehr zum Beispiel eine höhere Lautstärke da ist, tagsüber aber weniger, dann gibt eben dieser Durchschnittswert dann eine Kennziffer an und diese Kennziffer oder das Ergebnis dieser Durchschnittswertberechnung ist dann eben relevant, ob es eine Geschwindigkeitsdrosselung gibt oder eben diese Fördermaßnahmen. Man hat im Prinzip festgestellt, eine Geschwindigkeitsdrosselung in diesen gesamten Durchfahrtsstraßen von 50 auf 30 würde den Lärm deutlich reduzieren, aber nicht so deutlich, dass die Geschwindigkeitsdrosselung dann gerechtfertigt wäre. Die Geschwindigkeitsdrosselung heißt ja auch, man schränkt im Prinzip den Verkehr auf einer Bundesstraße ein und diese Einschränkung muss einen triftigen Grund haben. Also es reicht nicht, aber die Lärmbelastung insgesamt ist so hoch, dass der Bund quasi es fördert, dass man Lärmschutzmaßnahmen dann ergreift. Es sind nicht alle Haushalte oder alle Häuser betroffen. Das hängt immer davon ab, ob man zum Beispiel ein gegenüberliegendes Haus hat und durch die Reflexion sich der Schall dann eben verstärkt. Das heißt, es werden nicht alle Häuser gefördert sozusagen. In Assweiler zum Beispiel sind es 62 Häuser, die förderfähig sind. Diese Fördermaßnahmen oder wer dann gefördert wird, das kann man telefonisch oder per E-Mail erfragen beim Landesamt für Straßenbau. Und die sagen, in fünf Minuten ist das geklärt und dann weiß man, ob man förderfähig ist. Und dieser Förderprozess heißt auch nicht, dass man einfach alles machen kann und dann 75 Prozent bekommt, sondern da wird ein Antrag gestellt und dann wird vom Landesamt für Straßenwesen eben ein Gutachten beauftragt. Das heißt, die werden in aller Regel mit dem Ingenieurbüro dann zusammenarbeiten. Dann kommt jemand von diesem Ingenieurbüro bei Ihnen vorbei, schaut sich die Situation konkret an. Es wird zum Beispiel auch unterschieden, ob nachts oder tagsüber diese Lärmbelastung da ist. Also wenn bei Ihnen an Ihrem Haus nachts eine hohe Lärmbelastung ist, dann sind Lärmdämmungsmaßnahmen für die Schlafräume eben relevant. Das heißt dann, wenn Sie zum Beispiel Schlafzimmer auf dem Dachboden haben, könnten Sie das Dach eben lärmtechnisch isolieren lassen oder dämmen lassen. Wie das konkret vorgeht oder wie man da konkret vorgeht, hat der Mitarbeiter gestern auch ein wenig erläutert, aber natürlich nicht im Detail. Insgesamt hat er auch sehr viel über die einzelnen Stadtteile gesagt, wie die Vorgehensweise ist, wie die Richtlinien dahinter ist. Die ist aus 2019 zum Beispiel und wie die weitere Vorgehensweise ist. Ich würde das aufarbeiten. Mir liegt die Präsentation im Moment noch nicht vor, aber ich glaube, dass das ein wichtiges und dringendes Thema ist. Ich würde das auch aufarbeiten, vielleicht auch vom LFS jemanden dazu bitten, dass er vielleicht in einer Zoom-Konferenz oder Videokonferenz da genauere Details bekannt gibt. Die Ortsräte werden wahrscheinlich auch noch mal informiert werden, aber wie das immer so ist in der Ortsratssitzung, da gehen eben nur ein paar Leute hin. Gestern in der Sitzung, obwohl sie öffentlich war, war außer den Bauausschussmitgliedern. Und mir als Stadtrat, ich war freiwillig da, ich bin nicht Mitglied des Bauausschusses, weil wir als FDP nur einen Sitz haben im Stadtrat. Damit sind wir nicht Mitglied in den Ausschüssen, aber ich darf als Stadtrat daran teilnehmen. Das habe ich dann gemacht und habe mir eben diese Information geholt. Also, mein Angebot an Sie ist, wenn Sie das Thema interessiert, wenn Sie möchten, dass wir da in die Tiefe gehen, das ist viel Arbeit, deswegen frage ich vorher, dann schreiben Sie einfach unter dem Video in den Kommentaren Interesse rein, Wortinteresse reicht. Und wenn da ausreichend Rückmeldung kommt und wirklich Interesse besteht, dass wir das Thema aufarbeiten, dann mache ich ein ausgiebiges Video oder vielleicht sogar ein Live-Video, eine Live-Zoom-Konferenz, wo ich dann die Details aufarbeite, präsentiere, die Präsentation auch zeige, die bekommen wir zur Verfügung gestellt und auch vielleicht jemand vom LFS dazu hole, damit wir ein paar Infos geben können, wie denn konkret eine Fördermaßnahme aussieht. Ich glaube, allen im Stadtrat oder im Bauausschuss insbesondere wäre es lieber gewesen, wenn diese Geschwindigkeitsreduzierung kommt, denn die nimmt schon mal ein ganzes Stück Lärm weg. Das ist aber nach aktuellem Sachstand wohl eher aussichtslos, das heißt, wir werden mit dem Lärm leben müssen, aber bekommen dann eben Förderung für Lärmdämmungsmaßnahmen. Also nicht das beste Ergebnis, aber immerhin mal ein Ergebnis und mal ein Ergebnis einer Untersuchung, die da durchgeführt worden ist und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Also schreiben Sie Interesse in die Kommentare und wenn genug Interesse da ist, dann mache ich das auch gerne nochmal ausführlich und im Detail. Bis dann, Ihr Ralf Armbruster.